Musik Jo, hast du Bock am Wochenende zu treffen und ein bisschen chillen auf dem Soccerplatz oder so? Ich bin gerade stark unterwegs, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. Aber die Zeit hier ist auch mega nice. Musik Jo Leute, wir sind jetzt hier gerade im Park. Mein Kriseur filmt jetzt gerade das Ganze hier. Es ist eine wunderschöne Stadt bis jetzt. Wetter ist klar zu kriegen, kann man machen. Danke dafür, macht das schwache Video mal rein. Ich bin jetzt hier am Hof des Prager Schloss gegangen. Ich weiß nicht genau wie es heißt ehrlich gesagt. Auf jeden Fall sieht es eigentlich relativ lit aus und der Platz hier allgemein ist ziemlich nice. Also hier die Surroundings einmal für euch. Es ist schon ziemlich nice. Und ja, die Sonne kommt auch aus. Es wird besser. Musik 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 So Leute, jetzt wieder in der Selfie Mode Position hier. Ich und mein Cousin beziehen jetzt gleich durch. Klein Hanoi heißt der Markt, wo wir hinwollen. Mal sehen, was da so abgeht. Also wir haben, ich habe viel im Internet gelesen, dass dort viele Fakes und so kurieren, kursieren, keine Ahnung. Ja, muss ich auf keinen Fall kaufen. Genau, ist ganz schlecht. Und die kaufen wir uns jetzt. Das war auf jeden Fall der mega cool Start. Ich habe seit langer Zeit mal wieder gesehen, haben mega viel miteinander gemacht, mega gut verstanden. Und ja, Peace an euch an der Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020